Horm hatte eine Hütte und ein Pferd, seine Kinder waren wohlgenährt, doch eines Tages kam der Graf bei ihm vorbei und zog ihn ein für sein Heer. Von Ost nach West zogen sie quer durch das Land, bis man schließlich vor dem Feinde stand und um ganz vorn auf dem Feld vor tausend Mann in der Hand ne Bauernbeer. Und dann am Arm die Beine in die Hand, so schnell ist er noch nie gerannt und weil er schnell genug verschwand, kam er nochmal davon und stehst du vorne übermacht und alle reiten in die Schlacht, folgt ihm, der sich vermackermacht, das ist der Weg des Orms. Und während die Schlacht noch voll im Gange war und Hute machte um sich rar, der Straße nach bis nach Rotmüll oder so, ein Dorf am Waldesrand. Die Bauern merkten schon früh an diesem Tag, dass da irgendwas im Agen hat und bald schon war eine Streitmacht unterwegs, um zu bündern durch das Land. Und dann am Arm die Beine in die Hand, so schnell ist er noch nie gerannt und weil er schnell genug verschwand, kam er nochmal davon und stehst du vor der Übermacht, die alles plündert in der Nacht, folgt ihm, der sich vermackermacht, das ist der Weg des Orms. Den Rotmüllerbauern war sogleich ganz klar, dass dem Orm zu folgenweise war, So verließen sie ihr Heim und zogen aus Bord an als fahrendes Volk. Doch Ong war nun als Deserteur bekannt, denn er war einfach davon gerannt. Und weil sich sowas angeblich nicht gehört, wurde er vom Grafen verfolgt. Und dann nahm Ong die Beine in die Hand, so schnell ist er noch nie gerannt. Und weil er schnell genug verschwand, kam er noch mal davon. Und stehst du vor ner Übermacht, dann tu, was dieses Lied dir sagt. Folg dem, der sich vom Acker macht, das ist der Weg des Ong. Und Ong zog weiter, Jahr um Jahr um Jahr. Und stetig wuchs die Pilgerschar, und die folgten, taten gut daran, weil niemand ihnen das Leben nahm. Seine Lehren wurden weit und breit bekannt, er wurde fortan heiliger Orm genannt. Und so wird er auch heute noch verehrt, als der, der stets entkarrt. Na 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 Vielen Dank.